Wir haben ein Messer geöffnet. Idon, das ist in London jetzt. Prävene die Anzeigener der Britannischen, dass wir ein Problem haben. Wir haben einen Satz empfehlen. Stellen Sie mich nach Herford durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Baseblade, wir sind online. Gute Sicht. Verstanden, Bravo 6. Bei den Docks stehen mehrere Trucks von Charity Worldwide. Wir halten Sie momentan für Ziele. Auch eine Art, wohlfältige Arbeit zu tun. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wissen wir, was Sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Specter im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Walchers Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor Sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Baseblade, unser Fenster schließt sich schnell. Wir sind bereit. Verstanden. Alle Teams grünes Licht. Die Mission kann beginnen. Okay, Leute. Feuerfreikabel. Das Lagerhaus vor uns. Burns, wir suchen. Du rollst auf. Gasse gesichert. Vorwärts. Da sind noch zwei drin. Dann leg sie schlafen. Bravo 9, zwei hinter der Tür. Verstanden. Zwei Züge, die Gasse runter. Zehn Meter. Eliminieren. Gasse gesichert. Hier nach. Bereit. Okay, und los. Raum sicher. Die Treppe hoch. Da sind noch welche hinter der Enke. Raum sicher. Bewegung. Bravo 6, hier ist Jahre 1. Zwei Feinde im obersten Geschoss des Gebäudes. Ich schieße. Wir reichen. Aus von euch. Freigabe für alle. Los! Durchs Glast! Beheben! 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 Ab und 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 ab. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bravo 6, Jera 1, alles sicher. Okay, Randbereich sichern. Burns, mach die Türen auf. Der Laster ist leer. Was ist mit den anderen? Bravo 6, Vorsicht! 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 5,015, WG-4 in India. Versuch, siehe den Hunger. Sprecher, siehe den Hunger. Vorsicht! 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 Die Schuss ist auf der Tür! Ich bin nicht! Versammten! Den Randflug zum Angriff! Dreh noch eine Runde! Was ist das? Was ist das? Verstanden. Weichert 2-2, die nächsten Haltestellen überprüfen. Finden Sie aus, wo Sie hinwollen. Weichert 2-2, rehe ab! Setz halten! Versuch nicht, nicht zu kommen! Verstanden, schluchze! Hey, verricht! Verfahren Sie sich nach, Kollege! Klappe! Lebt doch noch! Geht das in Verfolger! Hey, hey! Verfolgt die Breite durch die Tunnel! Wir müssen mit, wo Sie hinwollen! Bravo 6! Alle Metroausgänger von Ihrer Position aus! Niederstand! Ober! Vorsicht! Da sind Zivilisten! Weichert hoch! Wunderte Zeit besitzen Sie! Position ermittelt aber das Ziel von der Beine! Warum hast du den Flugführer noch? Klappe! Keine Sicht auf das Ziel! Diese Sprecher führt direkt nach Westminster. Wir müssen das Ding aufhalten! Das ist die Schüpu ST Breche. A Klappe! Wir müssen des ZOF-EURs nicht影losert werden! Beide nach! Oh! V possible etwas Unterand! Das war's für heute. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, bitte kommen. Was? Alles in Ordnung. Bravo 6, wie ist Ihr Status? Zug ist unter Westminster. Die Bastale haben ihn zum Transport benutzt. Vorsicht, Bravo 6. Die Trucks sind in Ihre Richtung unterwegs. Ab nach oben und treffen Sie sich mit Bravo 2. Verstanden? Komm schon da. Sie wollen nur die Weile überprüfen. Wir müssen hier nicht mehr. Wir haben Kontakt bei Station Westminster. Verstanden, Bravo 6. Teams sind unterwegs. Ankunft in etwa 10 Minuten. Tag, Sie haben alle Hilfe gemacht. Zeichen wir diese Fischbarkeit. Nein, wie sie kommt. Hey, ihr habt die Wiese. Vielen Dank. Wir sind unterwegs. Ankurst in etwa 10 Minuten. 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 Das ist ein Zug, der Jubiläum überwesendens der Station. Das ist ein Zug, der Jubiläum überwesendet. Das ist ein Zug. Das ist ein Zug, der Jubiläum überwesendet. Das ist ein Zug, der Jubiläum überwesendet. Das ist ein Zug. Sarah, sag du doch, Daddy, wo's hingeht. Wir gehen zum Big Ben. Genau, Big Ben. Oh, da ist der Schätzchen. Da drüben. Schatz, hast du das? Daddy, schau mal, hier drüben. Hier bin ich, Daddy. Sie ist heute wirklich aufgezweht. Sarah, geh nicht so weit. Fägel, schau mal an die Fägel. Das ist deine Tochter. Das hat sie alles von dir. Um 6 Uhr 22.00 Uhr. Das hat sie alles von dir. Untertitelung des ZDF, 2020